das ist ein experiment mit einer münze ich mache es mal die schärfe ein hier damit man das alles wirklich sieht so und die uhr muss man auch richtig sehen so und jetzt sprechen wir die münze dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich also das rekord das habe ich noch nie gehabt dass die münze sich so lange gedreht hat so jetzt gehe ich da mal ran zeige ich euch die mal richtig das ist eine silbermünze also das ist natürlich fantastisch hier ist auch was schönes drauf die im hintergrund die uhr und die ist auch nicht umgefallen und die ist auch nicht magnetisch so die stelle ich hier mal hier lege ich hin jetzt gehe ich noch mal zu der uhr das ist ja ganz wichtig da kann man sehen den sekundenzeiger damit das bild nicht geschnitten ist so und das war rekord also die hat sich noch nie so lange gedreht eine münze das wollte ich euch heute abend noch mal zeigen euer klaus